Der Himmel wird den Rauf von Elfrieds Feuer in sich aufnehmen. Die Feder haben wir ja noch irgendwo. Schauen, ob der ein bisschen anspruchsvoller wird, aber vermutlich nicht. Was ist denn für die Schlüssel überall? Ja, das ist gut. berechtigter anspruch ich letzte aus bootigas stammbaum und wahrer erbe des thrones von englerland befehle euch den münzstempel des falschen königs zu stehlen schon bald wird mein antlitz auf allen silberstücken im land erstrahlen und dann werden wir sehen wer die edlere nase hat natürlich muss ich die alle einzeln zahlen so viel glitzer staub und mir fehlt noch schreit er hat russ Wie soll ich denn diese Türe aufkriegen? Wie soll ich diese Tür aufkriegen? Ich konnte hier einfach immer noch überall Silber... Wer hat hier seine falsche Plägeanstalt? Ah, hier komme ich rein. Du sollst das Gitter da kaputt machen. Schlüssel. Ach, noch ganz viel Silber. Mehr Silber. Wie ist dieser Dicke die ganze Zeit nicht mitbekommen hat, ne? Nicht mal, dass ich das seinen Kollegen gemolchelt habe. Ah, jetzt merkt er was. Ich glaube irgendwie auch nicht genug um nachgucken zu gehen. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Was siehst du da oben, Söhnein? Der ist da hinten in der Kirche, warum habe ich denn jetzt schon diesen Marker nicht mehr angezeigt? Der ist da hinten in der Kirche, warum siehst du da oben, Söhnein? Der ist da hinten in der Kirche, warum siehst du da oben, Söhnein? Ein froher Sinn ist gute Medizin, doch ein betrübter Mut vertrocknet das Gebein. Lehrt euch Magister Bartha nicht die Schriften? Magister Bartha ist Pferdekacke! Und da ist die Axt, mit der ich Fliegen fangen wollte. Du hast dich aus deinem Versteck gewagt. Und du hast meine Stadt ins Chaos gestürzt. Ich hatte gehofft, du würdest den Lehren deiner feinsinnigeren Götter folgen. Unsere Götter sind nicht feinsinnig. Wenn der Galgen tot ist, ist das vielleicht Grund zu vorsichtigem Optimismus? Dann mach's doch selbst. Kehre vor deinem eigenen Herd, wenn dir mein Besen nicht gefällt. Ach, verzeiht meinen Ausbruch. Gott hat mir ein Feuer ins Herz gepflanzt. Doch die englische Sprache ist ein Instrument, das schon lange nur schiefe Töne spielt. Wir alle wollen das Los unserer Völker verbessern, nicht wahr, Eivor? Ihr genau wie wir. Es bleibt noch die Feder. Was wissen wir? In West-Sächse herrscht ein schleichender Verfall der Bildung. Wir genießen den Dienst weiser Männer. Doch das Studium der Weisheit haben wir vernachlässigt. Und das weiß die Feder zu nutzen. Konntest du etwas über diese Schriften in Erfahrung bringen? In der Tat. Die Feder ruft die Kinder von Windcaster zu den Waffen. Jetzt wissen wir, warum sich so viele in den Straßen rumtreiben. Wild und ungebändigt. Ich rede mit ihnen. Mal sehen, wohin uns das führt. Gut. Komm zu mir in die Schenke, wenn du fertig bist. Und versuch ihnen nicht allzu viel Angst einzujagen. Wir Nordweger sind der Stoff, aus dem die Gruselgeschichten eurer Kinder sind. Ich kann nichts versprechen. Ich sehe dich, Kent. Komm. Selwyn, der böse Gräwe. Ich habe gesehen, wie du ihn bestraft hast. Er hat vielen wehgetan. Ja. Er hat meine Mutter zu Tode gequält und ihren Glücksbringer gestohlen. Hast du ihn gesehen? Auf ihm ist ein Baum eingraviert. Er ist das Einzige, was mich an sie erinnert. Eine traurige Geschichte. Hier, vielleicht kann dich das von der Straße und von Ärger fernhalten. Für mich? Oh, danke. Es ist wirklich so einfach. Lass mich, du Ochse! Na los, du Bengel! Du stiehlst Äpfel, hä? Äpfel reichen nicht. Ich wachse. Hast du vielleicht Hühnchen? Nein. Aber vielleicht kannst du mir sagen, was du über die Feder weißt. Die Feder? Gott, bist du mutig. Finde Elwyn und Wigbert. Die sehen hier alles. Ich glaube, dem geht es nicht so gut. Elwyn und Wigbert. Welch Geistreich hat ja los. Das ist nicht das Mädchen, was ich suche soll. Da hinten irgendwo. Ah, Kinder. Warum müssen es immer Kinder sein? Da vorne ist eine Rüstung irgendwo. Hier, wo ist das Kind? Hä? Wo ist die kleine Görel? Da. Da. Du schon wieder. Kümmer dich um deinen Kram. Bist du Elwyn? Du schürst das Feuer wie die flammenden Jötner. Äh, es brannte schon, als ich ankam. Wirklich. An heißen Tagen passiert das eben. Und? Oh, Wigbert, du dummes Mondkalb. Oh, Wegbert, du dummes Mondkalb. Und haut ab. Dann bleiben eure Eingeweide, wo sie sind. Schon gut, schon gut. War nicht so gemeint. Haltet euch aus Ärger raus. Ha, geschieht ihnen recht. Du hast ein Händchen für Ärger. Und ich wende mich aus allem raus wie ein Aal. Warum folgst du mir? Ich suche die Feder. Also frage ich euch, seine kleinen Handlanger. Wir? Handlanger der Feder? Du weißt gar nichts. Ist das so? Das waren die Schläger der Feder. Dank dir sind die mit eingekniffenem Schwanz davongerannt. Dann verdankst du mir wohl dein Leben? Er ist mutig und stark. Vielleicht kann er uns helfen. Ihr arbeitet also nicht für die Feder? Wir stehlen, um zu überleben und der Feder zu entgehen. Aber du weißt, wo ich ihn finden kann. Die kriechen aus der Kloake wie die Ratten. Na los, gib ihm, was du gestohlen hast. Vielleicht kann er uns retten. Viel Glück, Däne. Lass dich nicht verstümmeln oder so. Hier einfach Titan farmen? Oder was ist hier los? Das habe ich doch vorher schon eingesammelt. Also nicht, dass ich mich beschweren würde. Allerdings hier diese Tür aufkriegen soll, ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Ah, Rätsel gelöst. Und jetzt wo Ava schon am Anfang diesen tollen Kommentar gemacht hat, dass hier eben, dass hier eh der Knie-Tiefe der Scheiße steht. Dürfen wir hier jetzt auch noch durch die Kloake rutschen. Wundervoll. Ein Jürgenwohneingang. Nee. Ja. Ja. Okay. Ich sollte noch kleinen Fallen ausschalten. Okay. Kleine Fallen? Warum keine großen Fallen, warum nur kleine Fallen? Hieße ich vor allem kleine Kinder. Pech. Auch Pech. Nicht mein Problem. Aua, das ist unfair. Ich weiß nicht mal, wie ich zu dem komme. Hier zum Beispiel. Ich mag meinen Speer und zwar sehr. Au, meine Nieren. Ist hier schlüsselig überall in dem Ort. Oh. Oh. Da ist er! Dummer, dummer Dänne. Weiß nicht, dass er eine Frau sucht. Na na, Elvin. Nicht alle können so gewitzt sein wie du und ich. Die meisten sind einfacher gestrickt und sehen uns als das schwache Geschlecht. Eine Stute, die Unschuldige jagt. Und du wagst es von Stärke zu sprechen. Wie wenig du weißt. Schützt eure Herrin! Oh, ich dachte gehofft, jetzt darf ich Kinder verprügeln. Mann. Wollt mich jetzt schon freuen. Erwachsene sind ja langweilig. Und eine funktionierende Kameraführung wäre ja auch langweilig. Schützt das nicht. Schützt das nicht. Schützt das nicht. Schützt das nicht. Au. Wie sieht der Feige wieder mit ihrer Armbrust schießt die ganze Zeit. Ist das so schlimm? Ja, du feige Sau. Hallo, stirb. Warum ist ihm sein Capes ein Schwachpunkt? Ja, der Rücken wahrscheinlich. Kannst du doch gar nicht lesen. Komm, Kids. Erzähl mir, was du erfahren hast. Und Mutter wird dich belohnen. Feigling, du lässt Kinder für den Orden spähen und stehlen. Um sie zu formen. Gib mir ein Kind vor dem siebten Jahr. Und ich gebe dir einen Mann. Oder eine Frau. Doch was nützen Buchstaben, wenn ein Kind seinen Namen nur in den Dreck ritzen kann? Was nützt einer Frau Weisheit, wenn sie nur am Herd steht? Ich habe Elvin so viel mehr beigebracht. Sie vor einem unwürdigen Leben bewahrt. Sie wird im Orden Erleuchtung finden. So wie ich einst. Könnte ich sie alle retten? Doch das kannst du nicht. Du hast zu viele verdorben, um zu wenige zu retten. Mein Orden ist der einzige Weg in die Zukunft. Er kann unseren Durst nach Wissen stillen, wenn Elfriths Sklavenreligion erst besiegt ist. Und was würdest du für unbegrenztes Wissen opfern? Ein unbezahlbares Geschenk. Wir könnten es ablehnen. Nicht ihre Unschuld. Zu schade. Ungefährst zu den Platz. Ungefährst zu den Platz.